Ab nächster, letzter Räuf, das war die Frau Wins. Der nächste Mann, der Gleimann, das ist der 24-Jahre. Der Gerov schiebt der Borja, der ist der Wettbewerb, der ist der Wettbewerb, der 22-Jahre, Schweden. Der Schwede, Chicken of the Warrior, auf der 2. Chicken of the Warrior, 2. Der ist da reingeabgeschlagen auf der 4. Jared Schmidt auf der 3. Aber es ist da. Norbert aus Chicken of the Warrior. Chicken of the Warrior. Da sehen wir noch mal die Wiederholung hier von diesem großen Finale bei den Herren. Da ist es. Jared Schmidt an der 3. Dann der Fehler dann vorder. Johnny Rohrweg weit außen ist unterwegs. Und in front of France in 2nd. Und Jared Schmidt von Canada in 3rd. In 3rd, please. Wie sieht es aus? Wie sieht es aus? Wie sieht es aus? Dass ich jetzt aus. Be divulgen diesen Griff, aus bore contextein. Der Blätter Dann erst kam ins Aus.